Wir haben Einsatzziel Cäsar... Alter Artillerie Wagen Ich hab den Artillerie Wagen Ja, ich hab den Artillerie Wagen Sanitäter von der Gegenseite Boah, Alter Zwei gegen die Boah, ich seh schon das... War richtig fette Kraft Ja, Mann Ich hab den Typ aufgeschlägt Ich hab den Typ aufgeschlägt Ich bin schon da Noch einer Ich hab zugeguckt Oh Eiche, was ist denn da los? Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren Wir haben Einsatzziel Cäsar Verloren Alter Oh, da gibt's zwei Tanks Jetzt wird's gehalten Der wird hier angepasst Als Flak-Tanks Nee, den muss ich mir jetzt freikaufen Macht nichts Oh, ich hab nicht genug Kohle Der wird Jawohl Ah, ich komm jetzt mal da runter Hab ihn Ah, bin dauernd da kommt auch einer um die Ecke Das sind zu viele hier, ey. Boah, Alter, wie geil ist denn das, wenn man mit dem Tank auf Gebäude schießt? Jaja, das fetzt richtig, ne? Alter, ich hab grad einen vom Dach runtergefegt. Scheint. Ich fahr grad mit dem Tank rum. Scheiße, ich werd angeschossen. Feindliches Wirkzeug gesichtet. Feindlicher Sanitäter, da! Alter, wieso steckt das jetzt schon hier ein? Einen hab ich genettigt. Boah, ich hab einen gerade Haar gefrisst in dem Tank. Was ist das denn? Ja, da läuft doch einer, der Piers. Scheine. Wo seid denn ihr? Wo seid denn ihr? Das ist gut zu wissen. Aufpassen! Parieren. Eigentlich nicht. Wir haben Einsatzziel David verloren. Boah. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Was ist denn das da oben? Kann man die Steuerung nicht umstellen? Was? Kann man die Steuerung nicht umstellen? Tastaturbelegung? Ja. Das ist fantastisch, ja. Ich war ein falscher Leiter drin. Boah. Ich hab krass. Das ist fett. Also das Grafik ist ja mal hart. Ultra fett. Junge fährt der hier grad ernsthaft mit dem Tank einfach durchs Haus durch? Ja, bin ich auch schon. Hat einen Typ überfahren dabei. Geht richtig gut. So, jetzt wird wieder mal hier Beschuss gemacht. Wir haben doch grad einen gehört. Ja, doch, doch, doch. LKW ist jetzt richtig fein. Kommt doch grad hin? Ja. 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 Krass, Alter. Müssen wir irgendwie zusammenspielen. Vorsicht! Das ist eine ihrer Soldaten! Achso, die können wir noch denken. Oh, ich hab einen Flieger. Ich bin gerade bei der Beckerreise. Da geht's richtig hart ab, Leute. Aber jetzt müssen wir hier taktischen Rückzug machen. Ui. Fett. Mal nachklagen hier. F, F, F. F, wo ist F? Bin grad hart überfordert. Au, jetzt seh ich ihn. Geil, man kann richtig lustig C-switchen in den Jets, äh, in den... ...Attack-Flugzeugen. Da ist er. Bin down. Tank-Gewehr. Hey, was? Der hat nicht... Ui, ich hätte gern mal... Sind die alle tot? Nee, ich bin im Flieger. Ah, ich geh deswegen. Lauf! Geh, was mir fixed bist. Ui. Scheiße. Alter, ist das crazy, wie man hier in der Schlachtträge kommt. Gegenrufe. Von größten zu fliegen. Was ist dann, was da passiert? En der Schlachtträge legt dann? Ey voll geil, gerade einer war hinter mir und hat halt gedacht so, ja ok der Typ hat keinen Gunner, fliegt hinter mir her, attackt mich, ich muss auf den anderen Sitz, als der MG ratatatatat aus der Luft holen. Das hat er auf jeden Fall nicht erwartet. Wir verlieren Einsatzziel David. Verteidigt das Ziel bis zum letzten Mann. Wir müssen gleich mal irgendwie doch ein bisschen mehr im Squad spielen. Der Robert ist verdammt jetzt hier. Der Robert ist verdammt jetzt hier. Naja klar. Ah, 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 ah. Alle waren auch ein bisschen vorteilig, muss ich helfen. Das wusste man drücken, um sein zu. Wir sind gerade auf. Bilder geholt. Danke. Geht das jetzt vorteiliges unter? Hier, Fässer Munition. Das ist scheiße, ja. Okay. Na geil, wenn die Leute schießen, wenn die Leute schießen, wenn die Leute schießen. Alter, okay das ist aber immer so scheiße wie früher. Wir müssen doch. Guckt ein Kopf aus dem Fenster oben. Und ich mach vier Hitmarker und das sind dann 28 Damage. Wo ist denn der? Ah, da oben. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Neben meiner Killseite im Fenster. Es geht jetzt einfach sogar. Ja, ich hab schon zwei Hitmarker gemacht. Das ist grau. Und so. Geh den. Schillte gerade ein hier oder kommt mir das nur so vor? Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Der Kollektoren. Das Fenster raus ist tot. acles. Danke. Bitte. Nee Wilhelm, Wilhelm. Bemühe mich halt. Boah, ich fühle mich gerade mal sehen. Verteidig das Ziel? Ja. Das erste Mal. Ich glaube aber GTX Sieber, ja 3 mal. Hast du, ähm, Directy? Elf oder Zölf? Elf. Okay. Das war Fehler mit meinem S-75, aber ganz ehrlich. Das, das halt, glaube ich, mein ich. Und, jo, ihr macht schon mit Hammer. Spack, also. Erobert das Ziel dort! Ich komme jetzt nach einem neuen Sport. Naja, also... Oh, die ist schon hab und spüren. Oh, du lutschender Lauch, ey. Du LL. Alter, wie so recht, ich hab nur mit dieser scheiß Platz hier wieder geholt. Naja, das ist ein bisschen länger. Naja. Offgrade-Drops. Die reif werden, Alter. Im Hard-Germann. Die reif werden. Das ist, glaub, mein Video-Speicher. Irgendwas ist vollgelaufen. Oh, ne, jetzt geht's wieder. Oh, das harte Leck. Ich kann euch nicht beitreten. Ähm. Warte mal, kann ich hier ne Einladung schicken? Wie war das? Das ist... Drift F1, ne? Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Warte mal, kann ich hier ne Einladung schicken? Oh, danke. Ich hab dich eingeladen. Guck mal, dass es geht. Danke, ich glaub, dass funktioniert. Nöge! Der ist unter. Ja, Shift. F1. Einwesliste. Ja, okay. Spiegel frei drin. Ja, jetzt... Oh, was? Wie ist ihr denn? Stimmt, Leute, ab! Wir haben da Fehler reingetreten. Pst. Halbzeit. Wir haben die Oberhand. Nein, die Map war so geil. Fällt mir echt gut. Braucht jemand Munition? Ja, richtig geil. Oh, warte mal. Frei. Boah, Junge. Ich find auch die Knakes richtig geil in dem Spiel einfach. Oh, ja. Knallt schön. BAM! Ja, der... Dieser Effekt mit der Erde und mit Leuten wegfetzen, das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Ich find's nur schlimm bei Battlefield. Also bei 4 sind die Waffen stärker eigentlich. Aber hier knallt das so was von... Oh nein, ich sterbe Pierce. Ach! Nein! Ich bin nicht groot für dich! Ich raus! Ich hab' ihn nicht clocked aus. Ich hab' ihn nicht clocked aus. Nein! Ich hab' ihn nicht clocked aus. wir haben einsatzziel emil eroberst oh da bin ich wo seid ihr ich warte erste waffe ist aber auch echt mega scheiße ich habe mir schon eine andere gekauft ich habe gar nicht so viel kohle danke boah das geht automatisch das hat sie gut gemacht ey das war auch bei B4 automatisch beim Nachschein aber nicht am Anfang keine Ahnung wenn nicht verreckt wieder bei dir oh Junge geil die 770er würde frei aushalten ich gehe mal lieber zu mitten wie viele Frames hast du denn? bei auf halb habe ich gut gehen fast 50 auch so wenig das Ziel verteidigen ja das wäre viel mehr mit der 770 noch nein die 770 ist schon hart an der Grenze oh oh guck ich bin schon wieder weg ich hab schon Fehler hast du aber Treiber drin hast du das letzte mal aktuell Treiber geladen er ist ja ich hab' viel verstanden die Ranz hatte die Killed die Ranzrate die Ranzrate vielleicht hast du was falsch eingestellt im Spiel ich hab' ihn was ja jetzt hab' ich ihn WAS WAS Okay, die sind die gleichen Bugs wie Battlefield 4, Alter. Du bist schon in der Messeranimation, du steckst die Schaub schon in die Schulter und kannst dann noch erschossen werden. Er stirbt nicht. Dann. Die gleichen Bugs. Das ist traurig. Also ist Messern wieder kein Sicherer Kill. Ja, wie gesagt, ich habe den Typen, der nicht gemessert hat, das Ding schon in die Schulter gesteckt. Dann wurde ich erschossen und er ist weggegangen. Alter, wie man einfach keine Chance hat gegen diese Voll-Auto-Waffen mit den... Ich habe ja noch keine anderen Waffen als die. User, join your channel. Mir fehlen halt so ein scheiß Marken. 20 Stück, dann könnte ich mir da eine andere kaufen. Was, ne? Achso. Oh, Pierce, bist du tot? Wo spawnst du? Wo spawnen wir F? Nee, können wir auch. Wir kontrollieren alle Einsatzziele. F geht aber gerade hart weg. Bombe, noch schnell da, vielleicht überlebe ich euch. Das Ziel verteidigen! Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Das ist ein Sturmsoldat! Alter, ey. Ah, mal aber ein bisschen über den Hype hinaussehen. Ich habe jetzt dreimal einen Typen mitmacht gegeben und habe eine Zehner-Killhilfe bekommen. Wir kontrollieren alle Einsatzziele. Wer hat denn die gleiche Waffe? Was? Du brennst. Wir haben Einsatzziel Cäsar. Vorwärts, erobert das Ziel dort! Mehr? Optionen? Wir haben ein paar Sachen, die wir haben. Wir sind im Kiel. Wir sind im Kiel. Wir sind im Kiel. Wir sind im Kiel. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloben. Liegt mir eigentlich vorne? Ja. Wir dürfen das Ziel nicht verlieren. Verteidigt das! Dann kannst du nur noch mal eine Endlater schicken, bitte. Oder was? Danke. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Läuft schon wieder. Ah, die Schlange hat zwei. Die Runde ist jetzt nicht vorbei. Ja, das ist doch nicht so. Das ist auch Puh nicht mehr Spot. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Vorwärts! Erobert das Ziel dort! Wir müssen dieses Ziel verteidigen! Wir müssen dieses Ziel verteidigen! Was? Hier ist ein Auszeichen für verteidigte Flaggen. Das Spiel wird geladen! So, das Spiel wird geladen!